Ne, im Untertun. Macht Spaß, Gil. Ja komm, Hanni, du auch, hm? Du fegst noch da oben. Oh, ich hab's auch gekriegt. Du bist ja schon nass. Ist ja gut wie ein Fensterschatz, der ist grad. Egal, kann ich jetzt auch mal machen. Denk an die Wand, ne? Ui, spritzt das, ui. Krieg's dauernd an die Stirn. Der kriegt grad raus, immerhin. Den Steg rein, meinst du das? Ja. Guck mal, die Golde, die wälzt sich ja schon da drüben. Kannst du die Bollen auch füllen? Daneben hab ich noch ein halbes Glas Wasser. Und dann denk an die Tapete, aber... Ja. Dann krieg's irgendwie die Vorung so zusammen. Ja, dann gib mal die Fensterscheibe. Und jetzt sind sie grad so dabei. Ja, die Tapete, das kommt schon abends ab. So, ui, ui, ui. Das ist intensiver. Mhm. Wenn jetzt alle wegfliegen, dann mach ich gleich die vorne drüber. Ja, die Golde noch nicht. Das macht der Golde Spaß. Ja, das macht das. Ich bin ja unerlagt. Mhm. Die müsste sich von draußen nass machen. Ja, die will gar nicht rein. Vielleicht ist die Wasser scheu. Ja. Ui. Pani, kommt ihr auch rein? Ja, die wollen die schon nass machen. Psch, 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 psch. Die Golde legt die weg. Mhm. Aber du merkst das. Mhm. Mhm. Darum ist besser, ihr macht euch in das Badewändchen neu. Ihr versaut ja alles, ja. Ja, die kennt ihr auch alle neu. Ui, ui, ui. Das hängt jetzt mal wieder hin. Oder stellst du so dort drauf. Ja. Ui, ui.